Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Die, die dranbleiben sind, wir sehen jetzt gleich, wie es weiter geht. Für die, die nicht dranbleiben sind, sondern der Film zuerst sehen, es gibt eine vorgehende Etappe, das ist Tag 8 von meiner Velotour. Hier geht es weiter in Montreux, in der Nähe von Montreux-Jesse-Vestival. Wahrscheinlich könnte man an diesem Platz etwas stattfinden. Hier sind überall Skulpturen und Kunstwerke. Ich habe mir diesen Platz auszucht, mit einem Brunnen, den Springbrunnen, kann man sich gut merken. Hinter mir oben ist die Hauptstrasse, wo es gerade losgeht, um die nächste Etappe zu sein. Es bleibt dran oder es bleibt. Links geht es rauf zum Bahnhof. Oder zum Einkaufsladen. Es ist gerade ein Laden zum Einkaufen. Hier sieht es überall noch Essen aus. Wenn ihr etwas braucht, deckt euch hier wieder ein. Wenn ihr nichts seht, geht ihr normalerweise gerade aus. Wenn ihr nicht sicher seid, wäre es gut, dann hätten die Etappe dabei. Oder nehmen wir den Ausdruck mit. Wenn ihr aber über 30 Tage Reise macht, ist es nicht wirklich zumutbar, alle Papiere mitzuschleppen. Da kannst du nicht jede Situation dabei haben. Und vor allem ist ja auch ein Zoom an Situationen sehr unrealistisch. Also ich empfehle euch die App. Auch wenn sie nicht immer ganz gut stimmt, oder die Schilder nicht richtig sind. Oder fehlen. Mit der App findet ihr immer auf dem Weg zurück. Hat bis jetzt immer geklappt. Wunderbar. Also das war es noch als Information zu Anfang von meinem Film. Sehr schön, was man hier sieht. Wunderbar. Auch auf der anderen Seite. Ich befinde mich jetzt auf der Etappe 5 der Rhon-Route. Hier vorne, auf der rechten Seite, kann man bereits schon sehen, das Schloss Chiant. Das habe ich vor Tag 4 und 5 Besichtigungen gemacht. Das seht ihr dann separat in einem Film. Und auf der linken Seite befindet sich Fest des Chiant, also eine militärische Anlage. die wir auch besuchen konnten. Die habe ich auch besichtigt. Das seht ihr dann auch in einem Film. Und jetzt scheint es zu sein. Das ist auch der Ort, Noch einmal ein Blick zurück, wo ich hergekommen bin. Das ist auch der Ort, wo ich demnächst an meinem nächsten Übernachtungsplatz bin. Und ich habe vorhand, mich zuerst einrichten. Ich habe nichts reserviert. Die letzte Nacht war das letzte, das ich reserviert habe. Bei den Rest hat es auch mein Geissen. Keine Probleme, wir haben immer ein Platz. Ich brauche auch nicht viel Platz. Jetzt kann ich mal schauen. Kommt es da gerade raus oder rechts? Oh je. Einmal gerade raus, wenn nichts steht. Mal schauen. Wenn ich nichts reklamiere, dann war es gut. Das habe ich nicht gesehen. Ich befinde mich jetzt bei einer Wandertafel und einer Veloroute. Das ist eine Wandertafel Le Grand Gête, 373 Meter. Und dort vorne, auf der anderen Seite ist auch eine Tafel, wo es zum Campingplatz geht, wo gleich heisst wie das hier. Die Hortschaft hier. Dieser Platz hier. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier zuerst hinterher. Theoretisch könnte man vorne eine recht gemessen Karte, aber wenn das hier schon angeschrieben ist, gehe ich hier mal hinterher und schaue mal. Und dann geht die Etappe hier wieder weiter. Jetzt gehe ich zuerst schauen, ob sie den Platz beziehen kann. Dann habe ich den schon. Und kann mit weniger Kepäck losfahren. Okay, bleibt neugierig. Mal schauen, was wir hier an dem warten. Irgendwo hier auf der Wiese soll ich es hinstellen. Wenn ich jetzt sehe, dass die Sonne hier rumgeht, geht sie dort unten. Dann stelle ich mein Selten so da, dass ich am Morgen Sonne habe, dass das Zeug schnell wieder trocknet, feucht wurde. Dann ist wunderbar. Das wäre es gewesen für diesen Tag hier. Äh, diesen Platz hier. Jetzt befinde ich mich also an diesem Platz, wo ihr jetzt seht, wo ich die Route weiterfahre. Das ist eine Wandertafel. Le Gargette 373 Meter. Und hier führt auch die andere Route durch. Also, los geht's. Hier seht ihr noch das Schild. Rechts geht's zum Campingplatz. Für mich geht das hier jetzt gerade draussen. Das ist die Tour, die ich hier fahre. mit wunderbaren Blicken. Berge. Weiter hinten sehen wir noch mehr Berge. Mit Schnee drauf. Das ist doch ein Panorama. Hey, zieht euch das rein. Wow. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ums, die sind in den ganzen Riesen. Ich habe einen Schild. Da oll. Einmales. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tafeln über den See, dann dürfen wir nicht, wir müssen hier in den Wald hinein, ist dann lässig. Aber es ist ziemlich in Rüttelstrasse, jetzt Löcher, muss man aufpassen, je nachdem was man am Velo geladen hat, wenn es nicht so stabil sein könnte. Seit mein Zubehör von meiner Actioncamp verreckt ist, bin ich verdammt vorsichtig und hoffe, dass nichts mehr verreckt wird. So schön ist es hier, jawohl. Aber unten gibt es auch wieder hier, immer die Frage, wann sie laufen. Nicht angeschrieben, also Trinkwasser, wenn wir ihn hier oben, ringsherum, und hier oben ist die Tafel, dann geht es hier über die Brücke drüber, auf die andere Seite. Hier auf der Brücke, da fliesst jetzt also die Rone, ziemlich dunkel, ein Haufen gröllig drinnen, also mein Holz, Treibholz, das hat ziemlich gekutert, dass da so viel Zeugs drinnen liegt. Das ist die Brücke, wo ich drauf bin, und in die andere Seite nochmal das Bergpanorama, wo ich euch jetzt schnell die Nähe bringe. Wir befinden uns hier in einer Brücke, in der über die Rone reingeht. Was ich euch trotzdem hier jetzt auch noch zeige, hier ist ein Gebäude, wo man extra schön gemacht hat, dass man das sieht, wie es verlassen aussieht. Wahnsinn, da hinten die Bäume auswachsen. Hier die Bäume auswachsen, sieht brüchig aus. Und so sieht es von der anderen Seite aus. Eine Ruine, das ist ja auch Ruine im weitesten Sinne. Häuserruine. Von Tag 9 auf Tag 10 hat es ein bisschen nachts geregelt. Es war alles nass. Dementsprechend heute Morgen ist es noch ein bisschen frisch. Es windet wieder ein bisschen, wie schon die ganze Zeit, seit ich Tag 1 angefangen habe, hat es immer gewindet. Heute ist es ein bisschen angenehmer, nicht so stark. Wir sehen es an den Bergen an. Auf der linken Seite. Gestern war das wolkenfrei unten an den Bergen. Der Himmel auch, fast blau. Wenige Wolken. Es hat sich also in der kürzesten Zeit verändert. Von gestern oben, 9, 10 Uhr, auf heute Morgen. Malen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gar, also es ist ein Lockgift drauf. Das heisst ihr könnt, wenn ihr hier rechts runter geht, dort wo wieder ein Auto hinterher fährt, wo es nicht sollte, hier runter geht, rechts kommt ihr zum Bahnhof Monti, da ist auch bereits das Ortsschild. Und ich fahre jetzt in die Richtung weiter, wo offenbar jeder Verkehr durchfahren würde. Haben wahrscheinlich alle eine Bewilligung. Nachdem ich jetzt rumgewaffelt habe, mich genervt habe, dann weiss ich nie, warum die dort fahren, aber ich finde es einfach nicht toll, wenn ich auf dem Wellerweg da und immer alles entgegenkomme und auf der Strasse motze sie an, wenn du dann ein bisschen links bist und nicht ganz korrekt rechts fährst. Ja ja, soviel zum korrekt sein. Apropos, schöner ist jetzt, die Hunde scheint es irgendein Sumpfgebiet zu geben, wo sie irgendetwas testen, schauen, dass die Sachen stehen. Das habe ich auch schon immer anders gesehen, als ich auf der Route gesehen bin. Weiter unter anderen Etappen gelebt. Ja, sonst ist es schön hier zum Fahren, muss ich sagen. Aber sie nehmen auch Rücksicht an, die meisten. Das hier zeigt, was das für ein Gebiet ist. Es steht halt alles auf Französisch. Für die, die Französisch kennen, können es gerne lesen und das Bild anhalten. Ja, jetzt sind wir schnell nach unten gefahren. Es gibt hier etwas Schönes zum Anschauen, was ich euch auch zeigen will. Ganz toll. Ganz toll, muss ich sagen. Wow. Jetzt wird es ein bisschen nass. Hier oben fahren wir nachher weiter mit dem Velo. Also ja, wir, weil ihr ja dabei seid und schaut. Hier fliessen auch noch mal ein Seitengewässer rein. Dort scheint auch noch mal irgendein Turm für irgendetwas zu sein. Hier oben sind Steine, die hier runtergeschwemmt worden sind, damit verschiedene Wasserwellen, schnellen Wellen, keine Ahnung, was man sagt. Wunderbar. Super lässig hier. Ja, wenn ihr die Tafeln seht, dann sind ihr so gefahren wie ich. Dann müsst ihr über den Bahnübergang. Offenbar muss man hier im Moment warten. Ja, und das hier vorne. Jetzt sind wir gerade auf Hauptstraße gekommen, wie ihr seht. Und das hier vorne ist auch das Château du Saint-Maurice. Nein, über diese Brücke müsst ihr nicht. Die ist aber in meinen Augen sehenswert, darum zeige ich sie euch. Und weit oben hier, links neben mir, seht ihr jetzt das Château du Saint-Maurice. Direkt an der Hauptstraße an. Und hier ist sonst noch ein kleines Gebäude. Wenn ich das so sagen darf, in diesem kleinen Städtchen, Dörfchen, hat es doch ein paar Einkaufsmöglichkeiten gehabt. Hier steht sogar ein Automat draussen gerade. Was noch immer hier steht. Ja, da kann man wieder irgendwelche Sachen holen, wenn man Lust hat. Und ich muss rechtsseitig da hinten nehmen. Schönes Städtchen, mit vielen alten Gebäuden. Und jetzt wollen sie wieder tropfen. Die Tropfen sehen ein bisschen grösser aus. Die Sonne kommt nicht richtig durch. Dasselige Seite ist nicht so, wobei ich mich ist. Ich weiß auch nicht die Zeit, dass ich dort weggelebt bin. Aber wenn ich das weiß, weil ich mich nicht so gut so lief, dass ich das sind, wenn ich das habe, um mich zu Hause Internetreiche und mit dem, dass ich das fürn wir gar nicht. Und ich weiß, Ich weiß nicht gar nicht. Es ist das fürn wir. Ich weiß nicht, Aber ich weiß auch nicht. Sagt. Und ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020